Stell dir vor, dein Nachbar nervt dich. Wie würdest du darauf reagieren? Ein argentinischer Entwickler, der hat den Raspberry Pi aus der Schublade geholt und hier etwas gebastelt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst das grundlegende Problem, was er damit lösen möchte. Sein Nachbar, der direkt nebendran wohnt, der hört jeden Morgen ab, 9 Uhr, laute Reggaeton-Musik. Wer das nicht kennt, das ist eine Musikrichtung, die sich auf verschiedene andere Stile aufbaut. Natürlich erstmal Reggae, dann Hip-Hop und diverse andere, auch lateinamerikanische Musikrichtungen, die hier das Ganze beeinflusst haben. Solche Musik hat also sein Nachbar jeden Morgen aufgedreht und er hat sich hier anscheinend davon gestört gefühlt. Warum genau, weiß man nicht. Vielleicht macht er Homeoffice und konnte dann sich nicht konzentrieren bei der lauten Musik. Und er sah jetzt eben zwei Möglichkeiten, was er tun könnte. Zum einen rübergehen und mit den Leuten reden, ihnen sagen, das stört mich, ich möchte hier arbeiten oder was auch immer, was anderes machen und hier eine Lösung finden. Oder aber Variante B, man baut sich mit dem Raspberry Pi und künstlicher Intelligenz oder sogenannter künstlicher Intelligenz, genauer gesagt hier maschinellem Lernen, ein Gerät, um das Ganze technisch zu unterbinden. Für diese zweite Variante hat er sich entschieden. Er hat einen Störsender gebaut, denn sein Nachbarfeld anscheinend einen Bluetooth-Lautsprecher, kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich habe hier auch einen von Anker, der hält schon seit ewig Jahren und ist für den Preis ganz gut. Akku hält auch lange, kann man überall hin mitnehmen. Ist eine super Sache. Da Bluetooth eine Funktechnik ist, kann man natürlich relativ einfach stören. Also hat er sich jetzt überlegt, wie können wir hier mit Störsignalen das beeinflussen, damit entweder die Musik gar nicht mehr spielt im besten Falle oder aber zumindest der Ton dadurch gestört ist, also Aussätze hat, verzerrt wirkt, dass der Nachbar dann eben freiwillig sagt, na, wenn die Musik so klingt, das möchte ich nicht anhören, dann lasse ich es besser bleiben. Technisch basiert das Ganze auf einem Raspberry Pi 3 Modell B, also schon relativ betagter Hardware. In seinem Beitrag beschreibt er, wer das Ganze aufgebaut hat und welche Komponenten er dafür nutzt. Das schauen wir uns gleich noch an. Zuerst einmal zum grundsätzlichen Ablauf. Er möchte das Ganze automatisieren. Das bedeutet, er geht her, hat ein USB-Mikrofon angeschlossen, das kann den Ton erfassen und jetzt möchte er eben mit maschinellem Lernen ein Sprachmodell trainieren. Es gab nämlich kein fertiges für diese Musikrichtung, nur für andere Musikrichtungen. Hier kann man es ein bisschen sehen, da gibt es zum Beispiel Disco, Hip-Hop, Jazz, Metal und so weiter, aber eben nicht für diese spezifische. Also hat er kurzerhand selbst Trainingsdaten erstellt, also solche Musik, wie er sie hier oben gezeigt hat, die er eben bei seinem Nachbar immer hört. Die hat er abgespielt, hat mit dem Mikrofon das Ganze aufgezeichnet und dann eben das Modell auf diese Töne trainiert. Die KI ist hier also wieder mal eher maschinelles Lernen. Man bringt also dem Sprachmodell das bei, was man erkennen möchte, hier laut eigenen Daten von ihm mit einer Trefferquote von 86,6%. Das Ganze wollte er komplett automatisieren. Das bedeutet, sein Gerät soll das erkennen und wenn eine gewisse Schwelle erreicht ist, also x% Genauigkeit, dass es um die unerwünschte Musikrichtung geht, weil es könnte ja auch eigene Musik von ihm sein oder andere Hintergrundgeräusche, dann soll automatisch das Gerät, das er sich hier gebaut hat, dieses Störsignal aussenden, um den Bluetooth-Lautsprecher vom Nachbar zu stören. Er hat hier auch ein Video gemacht, in dem man das sehen kann. Der Ton ist auf Spanisch, darum habe ich den hier mal stumm geschaltet. Vorne ist ein kleiner Bildschirm dran. Es gibt einen Knopf, mit dem man das triggern kann. Ich spule hier mal vor, damit YouTube uns hier nicht Stress macht mit solchen Videos. Genau, hier sieht man jetzt seinen Code. Wurde es auch ein bisschen erklärt, leider auf Spanisch. Hier mal die Verdrahtung. Er hat nämlich diesen Bildschirm angeschlossen und den Knopf, mit dem er die Erkennung triggern möchte. Der führt dann im Hintergrund Python-Code aus, um den Klang zu analysieren, den er da hört. Und hier am Schluss ist auch eine kleine Demo drin. Genau, hier so sein Gerät. Der drückt jetzt auf den Knopf. Er sagt Listening, also der hört jetzt. Hier spielt er die Musik auf seinem Handy ab. Und daneben liegt ein Mikrofon, das sieht man jetzt gerade nicht. Und jetzt sagt er hier, mit welcher Erkennungswahrscheinlichkeit er hier die unerwünschte Musikrichtung gefunden hat. Hier 70, 60 Prozent, 90 Prozent. Und bei einer gewissen Schwelle wird dann eben das Störsignal ausgesendet. Ich sehe das Projekt von zwei Seiten. Zum einen die technische. Er hat ja hier das Ganze zumindest grundlegend beschrieben. Es ist nicht komplett quelloffen, weil sein Sprachmodell, das hat er nicht veröffentlicht. Also wer sagt, ich möchte irgendwas in der Richtung nachbauen, der müsste das Sprachmodell entweder selber trainieren oder ein fertiges, das es schon gibt, nehmen. Hier hat er ja eine Seite gezeigt, die jetzt, wenn man sowas auf Musik trainieren möchte, schon bestimmte Musikrichtungen erkennt, also Pop zum Beispiel oder Metal oder sowas. Das könnte man mit diesen Sprachmodellen schon automatisiert erkennen, ohne die erst trainieren zu müssen. Mit maschinellem Lernen habe ich bisher bei Ton noch nichts gemacht. Daher finde ich das interessant, vor allem zu sehen, dass er mit relativ wenig Aufwand anscheinend dieses Modell trainieren konnte. Und zum anderen, dass er auf einem ziemlich betagten Raspberry Pi 3 läuft. Der steht aus dem Jahre 2016 und ist technisch schon deutlich hintendran, auch mit Modellen wie dem Raspberry Pi 4, die ja mittlerweile auch nicht mehr top aktuell sind. Und das wiederum bestätigt mal wieder, was ich ja schon in einem eigenen Beitrag gesagt habe, dass man vor einem Projekt gucken sollte, was brauche ich wirklich, was möchte ich lösen. Und je nachdem, was da die Antwort drauf ist, muss das nicht zwingend ein Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM oder Mini-PC oder was auch immer sein. Das kann sein, je nachdem, was man machen möchte. Nur es gibt eben auch Alternativen, wie zum Beispiel ältere Modelle, mit denen man dann auch Geld sparen kann, weil die natürlich deutlich günstiger angeboten werden, wie jetzt ein aktuelles Modell und auch weitere Vorteile bieten können, wie zum Beispiel einen geringeren Stromverbrauch. Für den Zweck, also für das Problem, was er hier damit vermeintlich lösen möchte, finde ich das aber ziemlich daneben. Da frage ich mich, warum spricht er nicht mit seinem Nachbar, schildert das Problem, dass ihn das beim Arbeiten zum Beispiel stört und man sucht gemeinsam nach einer Lösung. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Die Musik leiser stellen, zu einem anderen Zeitpunkt hören, wenn ihn das nicht so sehr stört, Kopfhörer nehmen und so weiter. Also ich bin mir sicher, man würde da etwas finden, womit beide Seiten leben können. So was hier ist als technisches Projekt, als Test, sage ich mal, durchaus interessant, kann ich verstehen. Aber das wirklich praktisch einsetzen, das ist doch kein gescheites Miteinander. Man stellt sich zum Beispiel vor, der Nachbar merkt das und fängt jetzt an, daraus eine Art Schnitzeljagd zu machen und stört jetzt das WLAN vom anderen. Dann hat man irgendwann so einen kleinen Krieg, wo alle nachher frustriert sind. Vor allem, man weiß ja nicht mal, dass das tatsächlich so stört. Also er hat ja hier selber diese Option als Variante A, hat er das aufgelistet und anscheinend nicht gemacht, sondern sich für B entschieden. Dem Nachbar ist also wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass man die Musik so laut durch die Wände durchhört und dass das ihn tatsächlich stört. Dazu die ganzen Seiteneffekte. Bei so Störsinnern weiß man ja nie genau, was die noch alles beeinflussen. Vielleicht geht das auch bis hin zu anderen Nachbarn, die auch irgendwie gestört werden. Aus gutem Grund ist sowas rechtlich in vielen Ländern verboten. Das hat er hier auch als Disclaimer mit reingenommen. Wenn man sowas unbedingt machen will, soll man doch gucken, ob das legal ist, weil das kann unter Umständen durchaus Ärger geben. Wenn das irgendwas Relevantes stört, dann gibt es solche Störwegen bei uns in Deutschland, mit denen wird das geprüft. Und wenn die eben feststellen, da ist hier in dem Haus ein Störsender, dann kann es sein, zahlt man erst mal die Rechnung für diese ganze Analyse plus noch eine saftige Strafe obendrauf. Darüber hinaus finde ich das wieder so ein Paradebeispiel, wie man versucht, menschliche Probleme mit Technik vermeintlich zu lösen, obwohl die ja ganz woanders liegen. Dazu sind die gar nicht wirklich gelöst. Der Nachbar muss ja bloß seinen Lautsprecher in ein anderes Zimmer stellen. Schon kann es sein, der Störsender reicht nicht mehr oder er tut einfach eine Kabelverbindung nutzen. Das ist ja jetzt auch ein gängiger Tipp, wenn die Funkverbindungen richtig funktionieren. Und schon klappt das Ganze nicht mehr. Das gibt es in anderen Bereichen auch. Zum Beispiel, die Eltern installieren irgendwelche Jugendschutzsoftware auf Computern und Handys, um sich den Aufwand zu sparen, den Kindern Medienkompetenz beizubringen. Führt halt zu aller Kollateralschäden und löst ja das Problem nicht wirklich. Aus gesellschaftlicher und menschlicher Sicht ist daher mein Appell, auch wenn es technisch interessant sein mag, baut sowas oder etwas Vergleichbares nicht, um irgendwem einen Denkzettel zu verpassen, sondern verhaltet euch lieber wie vernünftige Menschen. Was haltet ihr von diesem Projekt? Gute oder schlechte Idee? Schreibt es gerne auf YourLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.